Willkommen, mein Kollege, für eine Episode zu verkaufen. Das ist schon ein kleiner Platz mehr. Wollen wir kombinieren. So, wo ist er? Vielleicht haben wir da noch etwas zum Ausgehen. 3.8 Uhr. Komm zurück. Hier ist es gut. Wie ist die Rassendorfer rausgekommen? Der Mahouf? Ah, links, rechts. Schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Eine riesige Festung. Hey. Brennen! 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 So. Ah, jetzt muss ich gerade laden, Kollege. Ah. Oh, hier bin ich da unten. Oh. Oh. Shit. Oh. Was? Was? Aber was? Ich bin nicht bereit. Warte, ich bin nicht bereit. Das ist ein Dreier-Kombo. Wuchsta, Oh, schlatt weil ich Lade Achtung Nee Ah, jetzt Ja, okay Ah, schön Gimmelgreens, grüne Futter Gut, wenn ich Gäle habe, dann kann ich nur ein Gäle benutzen Immer da Das ist nicht Ah Hey Alte Es geht So, schnauze bitte Versteck dich Ah, hast du ja versteckt Schau mal auf die Karte Schau mal Ob da etwas versteckt ist Nein, hast du gesehen jetzt aus, wäre etwas versteckt Das ist ein Stern Was ist bei dem Stern dort? Oh, ich bin Oh, das ist wirklich schön, wenn wir nachdenken. Oh, das ist wirklich schön, wenn wir nachdenken. Ui! Warte, bleibe. Oh. Oh, treten, treten! Oh, laufe! Nein! Ah, du bist so langsam, Kollege. Nein, nein! Ich wollte nicht Messer, weil ich eine Knarre wollen. Du bist tot. So was von tot. Warte. 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 Es ist gerade so schön. Tschüss. Keine Platz, keine Platz. Ja, ich brauche die Munition, ey. Da, ich brauche die Zwerge, die da. Und dann, ich brauche die Zwerge, die da. 3, schönes Kollege, laden Sie das einfach nach, da könnt Ihr es noch nehmen. Keine Platz sollte man die für die Granaten nicht brauchen. Also, bleibs auch schon dort. Also Ashley, warte auf mich bitte. Also, da war es so, wie das denn? Also, da war ich nicht mehr. Also, ich bin jetzt noch nicht. Das war der Käpte, du. So, ist jetzt gut. Ich will vorhin noch einmal. Oh, jetzt ist er frei, Munition. Das glaube ich ja nicht, ey. Das habe ich genau gewusst. Ja, das habe ich genau gewusst. So, was er kommt? Gut. So, wir haben das zig Meter. Na, da haben wir noch Munition. Gut. Gut. Und da habe ich ihn. Uha! Gut. Neige. Das ist noch zwei. Also, das haben wir nicht. Und dann auch da. Oh. Oh, shit. Äh. Äh. Das war nicht so eine scheide Idee. Den Kopf ins Abnehmen. Lieber mit Waffen. Oh. 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 Oh! Oh! Die nimmt sie einfach mit, glaubst du nicht? Oh! Piss die Mann! Jetzt müssen die Jäschli da in Ruhe haben! Komm, Ufe! Nein! Was steckt dir jetzt besser? Oh! 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 Das ist gut! Oh! 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 To be là! Oh! Don't worryici! Schön! Super. Warte. Fressen die Granaten. Der Arschgrinder. Ha! Lagerschlüssel. Sehr schön. Wie lebt ihr noch? Gut. Oh, Rubin. Die Munition mehr. Ist klar, ne? Wie geht's mit der Reise? 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 Oh. Warte. Oh. 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 Wie geht's mit der Reise? So. So. Mini Uzi, Kollegen. Die haben wir lieb. Babababababam. Woher. Was ganz schwierig. Mal wieder. Wie geht's mit der Reise? Was? Es gibt nichts mehr, Opa. Ashley! Venga, venga! Oh, komm jetzt! Eiei! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Wo bist du, Leon? Komm jetzt! Ich bin der Fall! Eiei! Ich bin der Fall! Warte mal, was ich da? Warte mal, was ich da? Ich bin der Fall! Meiere mal! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ja, endlich! So gut, blieb dort! Geht sowieso nicht weiter, ich komme gleich wieder. Ja, ich komme, ich mache keinen Stress. I'm coming! Gut. Jetzt musst du doch nicht runterkommen, ich werde da hochkommen. Das Frame. Komm! Dann gehen wir auf diese Seite runter. Was ist da? Da Emerschaft, komm Du hast die Tore entriegelt. Oh, da ist noch mein Kollege. Wir sind aber nicht gerade rüber. Kollege! Du bist ein wenig weiter weg von mir. Oha! Eine Seilbahn. Ich finde, die Türe ist zu da sicher. Ich brauche noch einen eisroten Auge. Jetzt habe ich nicht ein. Scheint der Einzige hier zu sagen. Also ein rotes Auge, wenn wir irgendwo finden. Mal schauen, ob wir hier etwas finden. Verschnitt. Ich sehe schon eine Aktion. Machen wir ein Spiel für den. Letzte Verteidigung. Ich habe den Amerikaner unterschätzt. Er lebt noch. Ich hatte gedacht, wir könnten warten, bis der Parasit in seinem Körper geschlüpft ist. Aber nun könnte er vorher das zerstören. Wir müssen etwas unternehmen. Wir rendern unsere Prioritäten, stellen die Suche nach Louis ein und konzentrieren uns auf die zwei Amerikaner. Wo man aus der Gondel aussteigt, ist eine als Folterkammer für Verräter genutzte Hütte. Oha! Dort können wir sie stellen. Sollte alles schief gehen, müssten sie auf dem Weg zum Tor nach draussen immer noch an mir vorbei. Denn das Tor reagiert nur auf meine Augen. Oha! Oha! Dann brauchen wir deine Augen, Kollege. In dem Fall. Wenn wir ihm sein Auge ausreissen, dann misst er. Ihr gehört alles. In dem Fall. Das machen wir schon. Kein Problem. Wir müssen da noch etwas ausgehen. Das machen wir schon. Kein Problem. Wir müssen da noch etwas ausgehen. Vielleicht eine Art von der Gondel. Da habe ich jetzt in der Gondel. Wir haben hier auch eine Art von der Gondel. Beidem. Noch die Gondel. Wir haben hier 8.16. Adi. Is that all? 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 Thank you. Gut, das war's schon. Come back anytime. Jo. Aha, das wäre die andere Seite gewesen. Schon gut. Also, dann gehen wir in die Folterkammer in dem Fall. Auf geht's. Das ist nicht so. Die Leute sind verpasst. Und man hat noch nicht so ein. Gut, das war noch nicht. So geht es einfacher Oh, schau mal die Pfarrer Tschüss Oh, da ist auch noch einer Oh, schau mal die Pfarrer Oh, noch mehr Pfarrer, du, suck Du hast es gesehen Oh, da hat mir noch Pfarrer gewonnen Pernit Du bist der Ball von Pfarrer Oh, jetzt müssen wir gleich noch eine Staufe Wir sollen zuerst das machen, dann den Speicher He, he, he Is that all, stranger? He, he, he Thank you Aber noch, vorher He, he, he Gürt Thank you Come back any time Gut, gehen wir Näschle Komm Die blöde schwingende Axte, man Viermal getroffen wurde Das war's denn Tap, 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 tap Geht, komm Das war's denn Das war's denn Und das war's denn Das war's denn Oh, jetzt bin ich besser Vorbereitung Koele Kamera, moiter gardener das ist Sehr schön Genau, liebe Nichtspielerkollegen Einmal weiter Munition Über Schöne links Gut Da oder dort überall Oh, schon wieder Der ist schon überall, ne, Kollege? Danke für die Munition Danke für die Munition Ich habe jetzt nicht mehr Geld gemacht, aber wir können sicher speichern Auf jeden Fall Oh Oh, du Arsch Das ist ein Arsch Wie ist das Arsch? Das ist ein Arsch Das ist ein Einfluss. Das ist ein Flugzeug. Der ist ein Flugzeug. Ich bin ein Flugzeug. Du kannst die Fluss durch die Fluss wieder gegen die Fluss aufzunehmen und ableicht. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Ich hab das Glück. Das Blut ist noch frisch, hat hier ein Ritual stattgefunden, ja schon, oh fette Kiste, was haben wir da hinten? Gelbes Katzenauge, deftig, ich hoffe das ist viel wert. So. Hey, kannst du nicht steigen runter? Was für eine extra Würste hier, das ist Fräulein. So, dann gehen wir runter. Schauen wir, was das Katzenauge wert ist. Auf einen Haufen ist so ein grosser Ding. Willkommen. Ist nichts Neues zum Verkaufen, Kollege. Was are you selling? 3'000 noch, nicht wirklich viel. Aber du musst dann speichern. Dann haben wir das wieder geschafft. Ich muss schauen, warum ist dieser Falterhysli da? Wofür ist vorbereitet, Herr Kollege. Du solltest nicht mehr nachdenken. Ashley, geh zu weg. Ja. Ah, gut, es ist ein Versteigungsgerät. Ja, du solltest nicht mehr aufhören. Du solltest nicht mehr aufhören. Du solltest nicht mehr aufhören. Ashley, geh weg. Oh, Boss Time. Oh yeah, Boss Time. Schwarz, ich brauche sie. Shit. Wer hat die Kollegen? Oh. Shit. Oh. Oh, wie zie ich ihn? Das macht ihm nie, Boss Calleik. Bam. Oh, look at's. Jetzt kann er sich entfalten. Oha! Was ist das denn? Abate crazy! Scheiss! Oha! Oha! Radio! Wo ist er? Oha! 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 Lauf rauf! Handgranaten Pistole Munition Oh! Oh, geil! Sehr schön! Genau! Das kann ich kombinieren Einen Moment! Einen Moment! Kombinieren mit dem Ich muss nachher Einen Bruder Und zwischen Einen Bruder Einen Bruder Und das Da brauche ich noch Schieße Schieße mir das Teil hier runter! Oha! Gut, das ist schon mal Oha! Oha! Schöne Einen 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 Ah, Big Boy, das war's mit dir. Lups, schau sie auch. Das fällt genau schön aus. Zeit für Neuwahlen. Genau. Klaas, okay. Ich muss jetzt auch hier sein. Ja, sicher. Sicher, ich muss alles machen. So, dann gehen wir. Das war's mit dem Kollegen Essig. Weht ihr? Prz! Kollege? Immer noch gleich reich. Also, Chills. Die Schuss, da war's mit der Schuss. Die Schuss, da war's mit dem Schuss. Das war's mit dem Schuss. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Verwenden. Hochmoderne Türen. Wieder mal ich auch so eine. Immer hier im Ghetto gibt es die. Oha, schau, hier in der Eisenburg. Oha, komm schnell auf die Seite. Oha, shit. Ich bin genau falsch gestanden. Aber genau bin ich falsch gestanden. Was läuft. Das ist ja. Schau, schau. Ui! Es kommt. Komm! Oha! Oh nein, Ashley, komm weg von dort! Was machst du? Ei, ei Ist voll... Oh, das ist nicht mehr so nackt, nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht mehr so nackt, nicht mehr so nackt, nicht mehr so nackt. Laden! Seidenkristall! Das ist wertvoll! Jetzt müssen wir wieder rufen. Auf der anderen Seite auf der Brücke! Auf der anderen Seite auf der Brücke! Das macht die Brücke! Oh, hallo! Oh, hallo! Bandito! Bandito! Komm schon! Kapitel 2 von 3 Nein! Zuerst nicht! Juh! Du schiefst! Oh! Oh, ist ein Kollege geschüttert da? Wir haben doch gerade noch etwas. Oh! Oh! Nur die Munition! Das ist klar! Wir haben auch noch eine Kiste! Munition! Salute! Ich bin für den Taniograt! Vielleicht können wir etwas ausgeben, obwohl... Oh! Aktenkoffer L! 40'000! Ja, nehmen wir gerade, oder? Schatzkarte Burg! Die wird zwar auch gut sein. Aber ich habe eine Verkaufnahme! Zweieinhalb! Das ist alles! Hier! 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 Ja, das kommt mal auf! Hier! Hier! Schatzkarte Burg! Oh! Broken Butterfly! Das ist toll! Black tin! Schrot! Oh! Schrotgewehr! Sturmgewehr! Halbautomatik! Oh! Noch nicht schlecht, oder? Miniwerfer! Noch besser! Was ist das? Zielfenrohr! Miniwerfer! What are you buying? 4,5,6... Da sollte ich wahrscheinlich nichts mehr machen. 18... Nein! Punisher! 15,10... acht... ... ... ... Nein, aber gut. Du hast schon wieder ein wenig aktualisiert, Kollege. Das finde ich gut von dir. Vollverschwendung von mir als Jungs. Oh, da haben wir noch ein wenig Goldpaar. Wie viele? 5000. Einfach etwas aufwerten. Ah, du blöde Schlange! Die Töte, Achtung! Da, Mann! Nicht mehr rein! Okay! Jetzt kann ich es einfach kaufen! Wie ist es gesehen? Da! Ist das alles? Hehehehe! Thank you! What are you buying? Jetzt haben wir 13. Kapazität. Oder... Nein, dann machen wir den Fall. Jetzt haben wir Punisher Pistole. Dann machen wir die Schrotflinte. Is that all strength? Hehehehe! Gut. Gut, danke schön. Dann können wir jetzt schnell speichern. Damit wir das nicht müssen, noch einmal machen. Weisst du, was ich meine, oder? Gut. Gehen wir, Äschlein? Gut,怕 sie? Räd갔 uns problemlos. Ich habe einen Salsomhanger. Ich habe einen Salsomhanger. Oh ja. Fertig Maske. Oh! Shit. Oh ja. Oh ja, das Rift sogar perfekt. Keinepfer. Oah, nein. Wir haben einen Trofen. Wir haben einen Trofen. Wir haben einen Trofen. Oh, ja! Ehhhhh Ehhhhh Perfect Neal die Sages Ehhhhh Ehhhhh Perfect Neal die Sages Get me Electrophil The Is 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 Ich glaube, das ist so. Ich hoffe, dass ich hier nicht verletze. Ich hoffe, dass ich hier nicht verletze. komm, schieß da es wird so weit oh shit vem sagt wie das meri real Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fahne die Benutze da. Das ist ein Schalter. Ich denke, ich habe eine andere. Motto! Was ist das? Warte! 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 得 getirkommen! Moment! So, Abwecheln hat! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! Was ist das? Oh, shit! Nein! Komm, komm, komm! Komm! Help! Leon! Help! Komm! Auf die Seite! Komm! 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 Wir haben es super gemacht! Jetzt gehen wir! Warte! Komm! Komm! Ich habe meine Hilfe! Komm! Schöne Kisten. Kann ich etwas mixen? Ja, hier kann ich etwas mixen. Zack. Sehr schön. Was? Feuer! Bam! Warte. Ja, Platz machen. Das war aber auch etwas. Oh, ein Kollege. Wie bist du deine Romane? Schön. Ich habe ein paar rarer Dinge. Was verkaufen Sie? Wenn du das zeigen, dann werde ich auch... Hehehe. 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 Thank you. What are you buying? Acht, neun. Punisher. Fünfzehn, zehn. Pistole. Zehn, acht. Gewehr. Fünfzehn, zwifzehn, zwanzig. Achtzehn. Dann machen wir den Pistole Kapazität. Hehehe. Hehehe. Come back anytime. Ciao. Wir gehen. Einmal. Auf dem? Okay. Das war's. Ich weiß. Wie war's? Typisch, oder? Es ist vergilbt und nicht mehr lesbar. Ja, das ist blöde. Oh, es schlägt. Waffe werden, oder? Ja. Das war doch auch nichts. Oha! Shit. Jetzt werden wir gerade sparen. Und vielleicht habe ich noch eine Granate. So. Wir sind zufrieden. Ich bin zufrieden. Ein Psechstein. hey Hähähähäh Schöne, so berasschuelski Ja, das ist ein Wut Euer ammunizieren Oh nein! Kollege, die hat schon vielleicht leuchtet. Flink beim Bordern. Du auch. Du mit den Tattoos. Uh, da hat er Größen. Gut. Keine Munition mehr. 4-5, ja wenigstens Spitzli Münzge. Und das da den V mit? Und dann das auch mit, oder? Das ist der Eisbett. Aber so viel Leut. Und jetzt. Keine andere weg. Ui. Nein, komm jetzt. Aha. Was soll ich sagen? Ist schon einfach hängenbleiben, oder was? Keine Akku mehr. So. Gut. 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 Die geheime Tür hat sich offenbart. Oh. Er ist verloren. Ok. Das macht mich besser. Lass uns das. Das ist die große Runde. Pause time. Huh? Ich bin die Zeit, wenn wir diesen Namen kennen. Wer bist du? Ich bin Ramon Salazar. Salazar Scott, du kannst du uns das Mädchen, weil du nicht mit einem Penne, ich glaube. Du kannst sterben. Ich werde niemals einen von ihnen werden, niemals! Das ist richtig. Wir finden eine Begründung. Das ist klar, ne? Oh ja. Hier müssen wir ein paar Sachen finden. Hier müssen wir jetzt ein paar Sachen finden. Das steht dann rechts und links durch. Ok. So, die wir noch speichern. So, liebe Leute von heute, das war's wieder. Von Resident Evil heute und vom heutigen Stream. Aber es geht sicher weiter. Schaltet beim nächsten Mal wieder bei, wenn es heisst Emma Games TV mit Resident Evil 4. Was geht? Peace! Ich bin Dos!